Wir sind hier bei der Amtseinführung von Bischof Manfred Scheuer. Darf ich Sie fragen, was Sie dem neuen Bischof wünschen? Herzliches Willkommen in Linz und dass er alles so regelt, wie er es sich vornimmt und wie es auch die Linzer so ähnlich vorstellen. Und mein Wunsch an den Bischof, an den neuen. Darf ich Sie fragen, was Sie hier herführt? Eigentlich der Bischof. Ich war schon beim Zauner, beim Bischof Zauner dabei. Ich habe damals ministriert und zwar die letzte amerikanische Messe und darum hat sie mich auch wieder hier hergeholt zum Bischof Scheuber.